Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Iiiiih! Du siehst mich nicht! Oh Gott, der steht direkt vor mir! Der steht direkt vor mir! Ich weiß nicht, ob Lutz mittlerweile wieder funktioniert. Ihr könnt's gerne ausprobieren. Puh. Puh. Okay. Okay. Da kann ich auf irgendeinen Knopf drücken. Oder? Aaaaah! Aaaaah! Okay, unser erster Tod. Haaah! Okay. Wo hat der... Okay, hier. Das ist sehr gut. Okay, wenn ich das Ding anmache, wird's sehr laut und der Spasti kommt. Willkommen zurück, Madl! Ich bin gerade bei Rainbird in der Küche hier. So, wir bleiben jetzt hier schön drunter. Madl, du wirst nicht alt. Du bist schon alt. So, dann kommen wir hier vorbei. Okay, warte, ich... Ich könnte das... Ich könnte das vielleicht mit so einem Ding anwerfen. Das könnte vielleicht klappen. Und dann hier vorne... Hier vorne rechts direkt wieder raus. Wenn ich das von hier zum Beispiel da hingeworfen kriege. Das schafft sie nicht. Das schafft sie auch nicht. Okay, hat er mich jetzt gesehen? Hat er mich nicht gesehen? Er hat mich gesehen! Warum hat er mich denn gesehen? Oh. Okay, ich lebe noch. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Sehr gerne, Madel. Und der zweite Tod. Fuck! Ich weiß auch noch gar nicht... Muss ich das überhaupt machen? Ah, okay. Ich muss es machen, weil da am Tisch liegt der Schlüssel. Verstehe. Da am Tisch liegt der Schlüssel. Deshalb muss ich das machen. Okay. Ist das nur eine Maske? Habt ihr gesehen, der hat sich gerade unter... Hat der sich... den Skalb von jemandem über den Kopf gezogen? Alter. Alter, 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 alter. Gedrückt halten, um weit zu werfen. Oh, danke Socke. Okay, das ist natürlich ein guter Tipp. Das probiere ich gleich mal. Okay. Ja, danke. Einmal reicht. Okay. Okay, aber ganz weit kommt sie dann trotzdem nicht. Von hier? Nee, das schafft sie nicht. So, nochmal. Nein, das war auch noch nicht weit genug. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Yes, 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 okay. Nein, benutze den Schlüssel. Benutze ihn schneller. Nein, ich glaube, ich kann mich nicht darin verstecken. Ich kriege die Tür auch nicht auf. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Er sieht mich tatsächlich nicht. Er sieht mich tatsächlich nicht. Okay. So. Da können wir irgendeine Klappe aufmachen. Eija. Hier ist schön. Da steht da so eine blöde Puppe. Das ist ein Pümpel. Ah, den Pümpel können wir leider nicht mitnehmen. Ach nee, das war jetzt nur so ein Bonus-Ding hier. Musste ich hier gar nicht hin. Ich kann ein paar Sachen nehmen. Die Frage ist, wie komme ich aus dem Bonus-Ding hier wieder raus? Ah, ich kann... Ah, ja, 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 okay. Nein, nicht Assassin's Creed 6. So, dann können wir einmal nach oben. Ne, okay, das... Ah, da sind keine Rohre mehr. Hier können wir nach oben. Hier kommen wir nämlich an den Rohren vorbei. Ah, und dann noch unter der Tür durch. Perfekt. Perfekt. Du liebst mich nicht, ja? Danke. Ich meinte aber, du siehst mich nicht, Madel. Aber ich weiß, das ist die falsche Melodie, die ich da immer singe. Na, immerhin waschen sie ab. Das ist sehr vorbildlich. Nicht aufstehen. Einfach weiter geduckt gehen. Oh nein, ich muss hier irgendwo raus. Oh, fuck. Okay, hier können wir raus. Nein, 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 ich bin gut. Nein, kein Licht am Mann. Ich bin nicht da. Geht weiter ab. Ich bin nicht da. Geht weiter ab. Ich bin überhaupt nicht da. Da, genau. Jetzt hast du dir beide gewünscht. Sehr gut, Madel. Vielen Dank dafür. Ich war zum Arzt, ey. Und zum Psychiater. Okay, da will ich wahrscheinlich hin. Hawaii, hallo Hawaii-Schnitzel. Ich finde dieses Spiel auch sehr, sehr geil. Die Atmos, so cool. So, kann der da mal wieder weggehen oder? Okay, er geht wieder. Dann geht Saksix auch weiter. Okay, da sind Sicherungen. Das ist auch hier irgendwas. Komm hoch. Nein, ich komm nicht hoch. Hallo. Hallo. Tschüss. Der hat mich jetzt echt nicht gesehen. Und zum Diätberater. Definitiv war Weih-Schnitzel. Definitiv müssen die auch zum Diätberater. Da komm ich aber mit. Entschuldigung, Links gehen nicht, außer ein paar. So, das ist aber jetzt angeblieben, ne? Aber da scheint... Hallo? Saksix? Wo bist du da... Da scheint sie nicht hochzukommen. Jetzt häng ich da dran, aber sie kann sich nicht hoch... hochkriegen. Uah. Okay. Das ist die Frage... Oh, guck mal, wir haben Schaum. Ahaha. Da kann ich mich an dem Sicherungskasten, da kann ich mich auch nicht dran langhangeln. Hier, die fahren da nach rechts. Die kommen aber von links. Das heißt... Ich kann da vielleicht von irgendwo anders... Kann ich mich vielleicht da dranhängen. Wir warten, bis er da den Teller gespült hat. War nix. Ich weiß nicht, äh... Einmal mit Profis. So. Wir, äh... Es gab keine Unterbrechung oder sonst was. Alles... Alles im Lot, würde ich sagen. Alles im Lot. Entschuldigung. Mama. Obwohl ich Mama gestern gesagt habe, dass ich heute streame. Wir könnten da hinten... Okay, die ist da zugange. Sorry. So. Geht die da auch wieder weg oder bleibt die jetzt ständig da stehen? Nee, die geht da weg. Warte, ich habe schon immer so einen roten Kopf. Ja, das ist... Sorry. Nee, den habe ich jetzt gerade erst neu bekommen. Hier kann ich hier irgendwas... Ich kann mich auf jeden Fall hier... Verstecken. Frage ist nur... Wo gehe ich dann hin? Was da wo gesprochen wurde? Geheime... Geheime Sachen. Kann ich... Ob ich da die... Die Teller hochklettern kann? Ich weiß es nicht. Ah! Geh doch da drunter! Nein! War wunderbar! Irgendwie... Dings, was ich nicht gesehen habe. Und... Noch ein Tod. Perfekter Zeitpunkt. Herzlich willkommen bei den besten Followern der Welt am Eischnitzel. Vielen, vielen Dank für deinen Followern. Schön, dass du... Äh... Mir folgst. So, wir machen das mal wieder an. Gehen dann wieder hier drunter. Die Eltern stören den Stream. Riot! Naja, aber... Nein. Mamas dürfen sowas. Finde ich. Obwohl ich hier gestern... Ich hab hier extra... Ich hab hier extra für diese Woche die Zeiten durchgegeben, wann ich streamen will. Aber naja. Die werden halt auch nicht jünger, ne? So. Oh! Nein, 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 nein. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Jetzt könnt ihr wenigstens sehen, wie viel ihr... Wie viel Kot ihr trinken müsst, Herzog. Jetzt müsstest du gerade beim dritten sein. Ich muss gerade etwas wegklicken. So, jetzt warten wir, bis der da weg ist. Und dann gehen wir wieder rüber. Okay. Die Frage ist... Was? Ich hab jetzt... Das Ding fährt... Das fährt auch hier durch. Die Frage, wie komm ich da... Oh, da ist ja gar nicht offen. Wie komm ich da dran? Vielleicht sogar von der anderen Seite der Tür? Haben sich dein Vater und meine Mutter abgesprochen, Madel? Könnte das sein? Aber ich komm ja gar nicht mehr in den anderen Raum, ne? Nee. Nee, da komm ich ja gar nicht mehr hin. Das heißt, ich muss schon hier irgendwas tun. Der dritte Kurze, genau. So, was macht Madame oder dieser andere Typ da jetzt? Steht jetzt da nur rum? Dann kann ich mal hier rausgehen. Kann ich hier klettern? Ich kann. Ah! Oh Gott, sie hat es überlebt. Mal weiter nach oben geht nicht. Ich würde jetzt hier halt gerne... Ah! Ah, okay, genau. Da wollte ich hin. Spring. Ah! Nein, nein, nein. Was machst du denn da? Ah! Was ist jetzt? Soll ich am Haken festhalten, Mann. Genauso. Okay, ich fahre jetzt mal hier durch. Nächste Runde rückwärts. Hihihi. Die sind zu klein. Ha, ha, ha. Okay, nicht loslassen, nicht loslassen, nicht loslassen. Ich überlege gerade, ob ich da vielleicht doch... Da sollte ich doch loslassen. Okay. Gut. Noch ein Tod. Es war... Es war nur mal zum Testen, ne? Prost! Der vierte Kurz ist dran. Ah! Aber ich starte hier. Ah! Ah! Ich war völlig überfordert, wo ich... Oh mein, der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Schwer zu fassen. Kann man noch ein paar Achievements abgreifen hier. Aber wenn ich mich jetzt einmal bewege, dann hat er, sie esse mich. Okay. Okay. Das war der nächste See. Ich muss wahrscheinlich schnell wegrennen, hier. Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Nein! Nein! Nicht springen! Nein! Nein! Okay, noch mal. Ich wollte eigentlich den hier mal. Komm, nein! Wo springt sie denn hin? Six, du sollst einfach nur noch oben. Diese Perspektive bringt mich um. Nein, diese Perspektive bringt mich um. Jetzt sammeln wir aber hier. Jetzt sammeln wir. Okay. Nächster Versuch. Wir werden an dieser Stelle nicht zweistellig. Okay, ich muss die Perspektiven hier besser einschätzen. Ah, geht an... Nein! Ja, es war beim letzten Mal nur 20, 30. Wir werden ja sehen, wie viel es heute werden. Ah, nein! Six lauft doch nicht gegen... Geh, lauf, lauf, lauf. Oh Gott! Ja, 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 ja! Ich trau... Ich halte alle Tasten am Gamepad. Ich lasse nichts los hier. Ich lasse nichts los. Ich halte den rechten 2 und 2 von den Tasten. Ich halte alles fest hier. Ah! Ja! 40 bin... Die Küche! Trophäe erhalten! Das war... Guck mal, jetzt haben wir auch S8. Und wir haben eine halbe Stunde gespielt. Okay. Aus der Küche sind wir entkommen. Jetzt sind wir keine Ahnung wo. Es ist... Sehr riesig hier alles. Sehr hell stellenweise. Aber mit einer conveniently placed Leiter. Okay. Ich habe ja vorhin gesagt, da warst du am Telefon, Madl. Ihr könnt heute gerne mal schätzen, wie viel Tode ich heute durchleben muss. Guck mal, wir sind schon im Licht. Oh! Müsste ich hier was sehen? Ich bin auf einem Schiff! What? Kann ich ins Wasser? Nein! Es sind aber auch viele Tode, wo ich Sachen ausprobiere. Wie zum Beispiel jetzt? Nein, ich kann nicht ins Wasser. Kann ich denn an diese... Ah ja, an diese Kette komme ich dran. 30 bis 40, schätzt du? Okay. Das heißt, wir waren die ganze Zeit... Oh Gott! Wie klein! Wie klein die gute Sixie ist! Das Bild zoomt immer weiter raus. Die zählen trotzdem. Aber natürlich zählen die. Stimmt, Hawaii-Schnitzel! Das Bild hat immer geschaukelt. Das ist mir... Jetzt, wo du es sagst, das ergibt total den Sinn. Ja? Stimmt. Hab ich nie dran gedacht. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Stileffekt, um es alles ein bisschen... ...unangenehmer zu machen. Was sind denn das für Gestalten? Warum lädt der jetzt so lang? Warum lädt der jetzt so lang? Oh! Okay.